Hallo und herzlich willkommen zum Tunisport Newsfeed. Heute haben wir eine ganz besondere Nachricht für euch, denn das Team von Tunisport hat sich etwas Neues und sehr cooles ausgedacht. Wir wollen euch was Gutes tun, euch da draußen, unseren Fans und Kunden und es gibt ab dem Dezember 2018 jetzt ein neues Projekt, ein Gewinnspiel. Ihr könnt jeden Monat etwas gewinnen und das Ganze ist der Tunisport Fan Award. Das klingt schon mal cool. Und ja, was müsst ihr machen, um am Tunisport Fan Award mitzumachen? Es ist eigentlich ganz einfach. Liked unsere Facebook-Seite oder folgt uns auf Instagram. Beides wäre natürlich am besten. Und wenn ihr da Tunisport Fan seid, dann liegt es dann an euch, ein bisschen kreativ zu werden. Ihr müsst nämlich ein Foto machen und zwar von einem T-Shirt oder einer Kappe von Tunisport, das ihr anhabt oder das irgendwo cool auf eurem Schraubbartisch liegt. Ihr könnt jedes Tunisport oder MR33 Werkzeug oder Produkt generell fotografieren an einem coolen Ort oder irgendwo beim Rennen, wo ihr ein schönes Bild gemacht habt. Oder aber auch natürlich einfach euer Auto mit einem Tunisport Aufkleber auf eurer wunderschönen Karosserie drauf. Wenn ihr das gemacht habt und ein cooles Bild auf dem Handy habt oder auf der Kamera, dann müsst ihr dieses dann noch posten. Entweder wie gesagt auf Facebook oder auf Instagram und da benutzt ihr bitte die beiden Hashtags. Einmal den Hashtag Tunisport und den Hashtag Fan Award und dann postet ihr einfach das Bild. Das war es für euch dann schon. Ihr müsst dann ganz entspannt euch zurücklehnen und das Monatsende abwarten. Dann wird das Tunisport Team das coolste Foto raussuchen und der Gewinner ist dann eben der Monatssieger des Tunisport Fan Award. Was gibt es zu gewinnen, fragt ihr euch jetzt wahrscheinlich. eine sehr coole Box mit Produkten im Wert von 100 Euro. Jeden Monat gibt es das einmal zu gewinnen beim Tunisport Fan Award. Und sobald wir den Gewinner dann festgelegt haben, werden wir diesen auch benachrichtigen. Wir werden auch dann nochmal kurze Rücksprache halten, welche Rennklasse der Sieger dort auch dann am meisten fährt. Damit wir da so ein bisschen die Produkte vielleicht auch in die Richtung gestalten können, damit dann wenigstens etwas dabei ist, was der Fahrer auch in seiner Rennklasse benutzen kann. Wie findet ihr das? Ich finde es überragend, der Tunisport Fan Award. Wir sind gespannt auf eure Teilnahme, auf eure Fotos und dann eben auch schon auf den ersten Sieger des Fan Awards, den wir dann Ende Dezember bekannt geben werden. Ja, viel Spaß beim Mitmachen. Nutzt die Chance, sahnt kräftig ab beim Tunisport Fan Award. Knipst eure Produkte, euer T-Shirt und euch selbst und habt Spaß beim Tunisport Fan Award. Das war es schon für heute für den Tunisport Newsfeed und wir sehen uns bald wieder hier im Studio. Macht's gut, bis dann. Ciao.